Komplett durchgelaufen, aber jetzt gehen meine Engines nicht mehr. LOL. Jetzt ist der scheiß Bug schon wieder da. Warum gehen die nicht? Und der Tank ist... Gleich voll. Warte. Gleich. LOL. Jetzt lehrt er sich wieder, der Tank. Echtes? Ja, jetzt lehrt er sich wieder. Hey, warum? Keine Ahnung. Ich schau dann mal kurz was. Da habe ich nämlich eine Vermutung. Kann sein, dass du gerade in die Pulver-Riser oder sowas in Betrieb hast. Nöp. Oder den Pulver... Ich habe gar nichts in Bind-Zug, ich bin gerade an der Query, also... Oh... Oh, cool, das ist rot. Mhm. aber das ding kriegt auf jeden fall strom weil es ist scheiße schnell und nicht blau aber der tanke ich bei mir voll also warte mal jetzt stehen sie warum jetzt arbeiten sie wieder ja weil ich draufklick mit der range diesen letztes mal komplett durchgelaufen ja jetzt pass mal auf was dann passiert um ende um ändern kann ich ja auch nicht mehr voll voll mega verpackt oder könnte sein dass ich zu viele engines an diesen wurden die stadt halbster das glaube ich die planung zum abzuschließen welchen das ist wirklich noch ein weiter bei jürgen wenn ich gerade gleich noch um kommst du auch so viel größer in der man zu was denn aussortiert paddy in cobblestone dass der welches nur in vier kisten reingelagert wird ich verstehe es nicht warum die nicht geht keine ahnung jetzt gehen die schon wieder nicht mehr die nicht mehr ok ich hab auch gedacht das kisten auszulegen aber jetzt dummisch ich habe keinen schimmer wie ich es mal hatte so hatte ich es auf jeden fall so Oh, 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 oh. Dum dum de da de dum de da de dum. Dum de dum de da de da de dum. Oh, da ist eine Spinne. Eine Spinne. So, jetzt bin ich einfach mal gespannt, was jetzt passiert. Die jetzt auch wieder abbricht oder wie auch immer. Gibt es irgendwie in Minecraft-Jules Speicher oder sowas? Ähm. Weil die arbeitet mir zu langsam. Ja, die wird so ein Energy-Center. Da war's. Oh, da verbräuchten wir eine Liquid-Transposer. Was ist denn das? Mit dem Gerät kenne ich mich überhaupt nicht aus. Alter, was du da für alles brauchst? Was brauchst du da für einen? Liquid-Transposer. Ich weiß nicht, egal. Kannst du mir kurz helfen? Mit dem Comic-Stown. Wohin? Ins Terminal reinschmeißen. Oder wo? Was muss ich dafür machen? Mit dem Comic-Stown hier raus und ins Terminal reinschmeißen. Das heißt zum Haus hinten bringen oder was? Ja. Da hast du mich die Kisten auch noch frei, weißt du? Mhm. Da bin ich mir gespannt, ob die Kisten reichen. Und wie mach ich das jetzt? Oh Gott. Im Sinne. Hier auf das Gerät draufklicken mit Rechtsklick. Ja. Dann einfach nur mit Shift und das Zeug reinschmeißen. Da steht jetzt 16k und jetzt? Einfach reinschmeißen anders. Wie viel kann man da speichern? Sehr viel, keine Ahnung. Ja. Das sind jetzt 16... Das sind jetzt 16.000 Cobblestone, oder was? Äh, ja. Aber irgendwie... Ist das so saukomisch und... Äh, normalerweise passen die Dinge nur 1k rein. Also 1.000. Ja. Okay. Tja, vielleicht hast du irgende... Special-Dings gemacht. Ja, klar. Und warum hast du grad so ne Scheiß-Qualität? Warte. 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 Warte, mein Mikrofon gleich an meinem Hals hängen. Scheiß, ich seh das von hier nicht, ob die arbeiten. Oh Gott, wie oft müssen wir da hin und her fliegen. Gibt's nicht so ne... Äh, oft. Gibt's da nicht so ne Backpack oder sowas? Das weiß ich nicht, ob's da eins gibt. Da wird zwar ne Lütze mit Ender-Chests geben, aber ich hab jetzt keinen Bock zwei Ender-Chests zu basteln. Ja, da fallen wir, weil wir ja kein Obsidian haben. Wie bitte? Vor allem, weil wir ja auch kein Obsidian haben. Was wäre das eine und außerdem hab ich da jetzt keinen Bock drauf, sie zu basteln. Ja. Hab wahrscheinlich nur gecrafted. Mal drauf schauen. So, jetzt n 20k. Pfff. Wie viel passen denn da zum Fick nochmal drauf? Oh. Meinst du, die Steine reichen, Heiko? Heiko ist nicht da. Also, ja, wie... Meinst du, die Steine reichen ihm dann? 20k? Ja. Ich glaub schon, oder? Ja, so dozent. Und vor allem auf Stack-Crawby kriegt man jetzt ja auch noch mehr. Was weiß ich, wie viel raus... Da gibt's. Paul Kochanlywe.